Ich heiße euch, herzlich willkommen in der zweiten Folge von The Creepiest Shit in the Earth. Hey, we don't take fall damage, so go nuts. Oh, an unsuspecting bad guy. Let's stealth kill him. Und dann? E oder Y für tödliche Y? In my game, you get points for killing bad guys. Haha, I like that. Yeah, and you spend those points to get cool upgrades, to make us more badass. That is impossible. Yeah, but it's called progression in games. A must-have. Hey, player, open up the upgrade menu and see what we can buy. Wir sind sofort. Moment, lass mich das kurz aufsammeln, Mr. Deadpool. Die Rücktaste? Alter, wo ist das denn belegt? Aha. Ha. Boah, 80.000. Kauf mich! Um 13.000 für was? Ah. Man wird DB-Willum verkürzt um 20%. Geil! Das muss man auf jeden Fall machen. Ah. Nice. The more bad guys we kill, the more upgrades we can unlock and purchase with our points. I like to spec my Deadpool for defense and healing. Yeah, I like to spec my Deadpool for nougat and cream filling, but I don't think that's an option. Mir gibt's dich rauf und springt ein Loch in die Decke. Hurra! Sprengstoff! Ich mag das Spiel. Ich hab's, ich hab's schon vor langerer Zeit gekauft. Letztes Jahr. Aber ich hab's irgendwie nicht gespielt. Aber ich wollte das sowieso aufnehmen, deswegen hab ich's auch nicht gespielt. Weil sonst wär's ja langweilig, wenn wir das schon spielen würden. Also wenn ich das schon kenne, wisst ihr was ich meine? Ich glaub ihr wisst ihr. Okay, class. Tap jump, while jumping towards a wall to perform a wall jump. Mega. Der gute Deadpool. Gefällt mir. Hier am Hintergrund würde da was laufen, glaub ich. If it were me, I'd chain wall jumps together to get higher. Get higher and higher. Let's see. Achso, ne, okay. Wir müssen also hier so hin. Press the jump button in midair to do a double jump. It's awesome. Loss of physics beat death. Oh, and hold the jump button to mantle up ledges. Das ist cool. Die Stellung ist der Intuiti. Gefällt mir. I think I need to make an entrance. Time to go boom. That's what happens when you mix C4 with a bean burrito. Hahaha. I'll be honest. I'm not the only one with a little bit of shit in their pants right now, am I? Trotterlensicht. Come on, let's get him. Get him off. Hey. You are on private property. Drop your weapons at your radar, or we will see our people forward. Hey man, it's me, Deadpool. Can I go to high school with you? What the hell is going on down there? Security. Get off your duffs and respond. I'll be in my penthouse. Don't let that clown get in here. Penthouse, huh? Time to hop the elevators. Where could they be? Why are we here again? Haha. We're getting paid to off some billionaire douche-nob. That would be media mogul chance. We could tacos summon. I will be with the, 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 with the. What are we doing again? Elevator. Are you even paying attention? Of course I am. Making sure you. Let's go. Let's go. I can't win this game. I have to go. Oh Trina, don't do that. What? Mustard with that? Come on! Yeah! Yeah! Es ist schön, dass das ganz schön ... tricky ist. Höh! Ähm. Was umschaltet und leert hast du? Ah. Shit. Ja. Nett. Ja. Ja. We are locking elevator access now. Troops should give me that. Listen, you little masked moron. Nobody comes into my house like this. I hope it was worth it. Hmm. The elevators are disabled. Oh, I know. Let's just get some chimichangas and wait for him to come downstairs. Or we can find a way to shut down power to the entire building. That would force a system reset und bringen Power back to the elevator haha like this guy we should keep him around to maintenance Shooter! Shooter! Calm down! Shoot the red box! Somebody get down there and shoot their clown! I am not a clown sir! So go and halt X wenn he on the Gegner zählt um his Ziel zu aktivieren Das ist eh I bet you think I couldn't be that accurate huh? Hey! We can actually not die! Also zumindest in der Tore nicht Wieso sind wir eigentlich so... Das sieht ungesund aus Wieso ist unsere Klamotte so kaputt? Und wieso heilt sich unsere Klamotte mit? Was? Bitte Ich weiß! Ich kann von... Nope! Wrong way! My! What a big generator! Is that cold? Nah! In your end though! In your end though! In your end! I forget! Oh man! Da... Haben wir wo eben den Arm ab hier drin? Neue Verbesserung verfügbar! 15 mehr Schaden Lass mal das machen glaube ich das ist ganz gut wenn mal... This is what I think it is! Jackpot! Kann man das nicht... Achso ok Wollen wir es nicht zerstören? Wir wollen es nur... Oooo... Scary I'll bet those Elevators work again! I'm so smart Which one of you Pinheads shut down the damn power? Get down there and fix it! Hehehe Let's try something a little dense The higher your Combo The faster you can earn momentum to do awesome moves like that! We can get more momentum moves by upgrading our weapons! My Combo means more deadly points which mean more awesome... Lass dich nicht treffen weil lorenkommens... Ich verlohne Punkte lehrt das äh... Verwalt! Das krieg ich mal hin! Ah... This would go a lot smoother if my reputation proceed... I'm really excited! I think you need to leave survivors for that to happen! Wow this is really really freaky! I could swear I know you from somewhere! Did we go to law school together? I'm gonna do it! Ah... 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 Just shoot them! How the hell do you fools keep missing? Cancys! Lay off your boys! They are hitting me! Just that I heal them! I get a sick healing factor! Get used to it! Was um die Hand zu wechseln? Können wir eigentlich wirklich sterben? Das finde ich ja interessant Hey, maybe do it slower next time So Das ist schon ganz schön tricky, also Wir verlieren echt extrem schnell Energie, hätte ich gar nicht gedacht Das ist mehr wie es Ja 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 Oh nein Ja Ja Aha Ja Ich bin verrückt für mich! Das muss ich meine Verrückung sein! Da muss ich ein Weg aus hier sein! Denk, Deadpool, denk! Die Film-Solutions sind in einem Elevator in 3, 2, 1! Na ja, ich muss nach der Penhose gehen! Vielleicht, wenn ich meine Kat-Agelegenheit benutze... Ja, ist ja gut, Alter! Das ist ja recht! Ach du Scheiß! Neuer Momento-Ungriff! Und los geht's! Umschalt bis Q! Halt die Q für zusätzlichen Schaden! Ja! Gibt eine Art Blut, wenn du sie mit einem Schwert triffst! 12 Schaden über 3 Sekunden! Jawoll! Können wir hier Spieler-Verbesserung? Ah, hier! Die können wir nicht! 25.000! Er hält für jeden achten Treffer voll Gesundheit! Lande bei 2... Ah, hm, hm, hm! 25.000! Okay! Awesome, wie wir sind! Warum? Warum denken wir darüber nach, ob diese verdammte Hüppbrock noch aufgeblasen ist? So, wir können hier in den Schlaf! So, können wir? Ne? Was? Yeah! Ja, nee, ist klar! Warte, hier gibt's einen Prima-Abkürzester-Pensor! Lass uns krachen! Bitte was? Wir haben Tacos gesammelt! Bitch! Wir haben wieder einen Momentum aus! Was? Wenn ich dich abluse, schlussiere dich nicht! Oh, blieb! Hey, cool down! What are you in missiles for? Kill him! And cut! Moving on! Run it, boy! I've got you now, Deadpool! Wie können wir eigentlich, obwohl wir sind da halt nicht so krass drauf wie Wolverine, das kann ich... 2nd gravity! Ich muss nicht kurz jetzt mal drauf ankommen lassen Aber... Ja... Stopp this freak! I almost feel bad Das ist einfach zu krass! Das ist einfach zu krass! Du siehst gut auf der Kamera, aber du siehst besser, dead! 2nd gravity! 2 extra slices für nur 9.99! Ich habe dich jetzt, Deadpool! Du denkst, ich bin Angst, einer Person? Ich arbeite auf Telefon! Ja, du kommst nicht an eine Doktor, dich zu schauen! Das ist das noch nicht. Wann ist das? Smoog? Smoog! Aber es wird schon schwer für dich, was ich zu sehen, wie großartig ich bin! Hinsichtlich, die zuerst du von den Katwunkern! Ich werde dich mit dir lernen! Der war nice, der war ja, wo immer nice. Ja, wir können dir die Bote, aber wir richtig kürzen lassen. Was? Finde ich da und meint das, ähm. Was? Wir sind dran. Kleiner Wichser.